heidi ho meine lieben und herzlich willkommen bei den let's player tv news viel spaß wünscht euch euer king cyrus guten tag guten abend oder guten morgen wenn auch immer diese folge seht und herzlich willkommen zu den let's play news und das sind unsere heutigen themen wie die fleißigen beobachter der youtube high society von deutschland mitbekommen haben wir haben mittlerweile zwei auswanderer unter uns okay was heißt auswanderer wir haben eher zwei weltreise nein ich meine mal ausnahmsweise nicht die super homies sondern das ganze duo ungereist ja also ich meine sie ich meine simon aka unge und ich meine anton aka reist die beiden machen jetzt eine amilandetour dokumentieren das ganze und wir verfolgen das ganze auch immer fleißig wir werden euch wöchentlich in den let's player tv news darüber berichten was gerade so bei den beiden abgeht das ganze tun wir hinten dranhängen an die ganzen news ja was gibt es sonst diese woche neues zu sagen eigentlich nur das übliche denkt daran wir brauchen einsprecher wir brauchen videos von euch dass wir euch bewerben können eigentlich nur so das übliche ansonsten es ist mal wirklich alles im lot es ist mal faszinierend dass überhaupt mal irgendwas klappt aber bevor ich mich jetzt hier noch im kopf und kragen rede geht es erstmal los mit dem wirklichen news der countdown hat begonnen es sind nur noch knapp drei monate bis die gamescom 2015 in köln wieder seine tore eröffnet und ja die guten organisatoren haben jedes jahr mit einem zu kämpfen mit ganz viel platzmangel ja gerade so ich sag mal deppen wie ich die samstags dahin fahren die sind schon leicht selbstmord gefährdet ja aber dieses jahr werden die veranstalter dem ganzen etwas entgegenwirken denn die gamescom wird größer der bereich für alle besucher ist generell um 12.000 quadratmeter größer gemacht dieses jahr beziehungsweise der bereich für die fachbesucher ist um gut 4000 quadratmeter größer gemacht das ist eine ganz ordentliche summe es wird dieser ganz viel platz geben um sich frei zu bewegen ich bin wirklich gespannt da es auch wirklich mein erster auftritt auf der gamescom ist naja selbstmord gefährdet wie gesagt also auf jeden fall freut euch die gamescom wird größer holt euch karten wenn ihr schon karten habt dann freue ich mich euch da bestimmt mal zu sehen wie gesagt ich bin samstags da man sieht sich auf der neuen noch größeren gamescom juhu wer sich jetzt ein bisschen größer aufziehen will der hat jetzt bald in berlin die chance denn da wird ein youtube space eröffnet also ihr wisst gar nicht was ein youtube space ist macht macht euch nichts raus ich muss auch erstmal nachgucken also youtube space ist im prinzip einfach nur ein kleines ich sag mal filmstudio für youtuber um da professionell videos zu drehen also das ist halt eine das kann ein blue screen wie sag mal gereicht sein es sind hochwertige kameras ist hochwertige audiotechnik darin verarbeitet es ist wirklich ein studio aufgebaut also alles was man wirklich braucht um ein hochprofessionelles youtube video herzustellen das problem an der ganzen sache war bis jetzt gab es das bei uns nicht es gab eines in los angels das war das erste in tokyo gibt es eins das nächste bisher von uns gesehen war in london gewesen na wer denn schon das geld mal schnell rüber nach london sich zu machen und da ein video zu drehen aber wie gesagt das ganze öffnet jetzt auch endlich mal in berlin in berlin wird es also bald ein youtube space studio geben wer also ein bisschen größer ist der kann das ganze für sich nutzen kann noch schönere videos drehen ich bin gespannt was für videos aus diesem youtube space studio entstehen werden welche videos in zukunft die weiten des youtube als erklimmen werden jetzt kommt wieder ein news aus der kategorie nett gemeint also man nehme einfach die atombombe unter den grafikkarten von geforce mit 12 gigabyte aufgebauten arbeitsspeicher die sage und schreibe 1250 euro kostet einen richtig fetten rechner vergüben rechenleistung eine sehr schnelle internetverbindung und schon hat man ein wunderschönes gta 5 video nicht in irgendeiner auflösung sondern in einer 8k auflösung was das bedeutet weiß wie immer der kleine schlaue zettel das ist eine auflösung von 7680 mal 4320 ich hoffe ihr habt alle eure mega fett hd über beamer parat denn ich glaube ein solches level an auflösung naja wer es braucht er ist happy wer es sehen kann ist noch happier aber welche orthonormalbürger kann denn bitte schön in dieser auflösung was sehen also sehen tut man sehr viel bei der auflösung aber wer kann es sich denn bitte schön angucken naja also wer spaß dran hat am 31 dritten ist das erste gta 5 video in dieser mordsmäßigen auflösung an den start gegangen youtube ballert derzeit daran dass sie das ganze dann auch in 60 fps anbieten derzeit existiert dieses video nur in 30 fps aber ich will gar nicht wissen was allein dieses eine video für einen speicherplatz auf der festplatte wegnimmt pass mal auf bei den nächsten news will ich gar nicht so viel labern ihr klickt am besten direkt unten die video beschreibung und schaut euch das ganze an das sind nämlich viel zu viele daten und fakten als dass wir das jetzt merken können also es geht ums video game watching 2015 es ist mal eine zusammenfassung von allem was so quasi bei youtube rumgibt was das thema gaming betrifft wir haben euch ja vor paar tagen wochen monaten schon mal eine kleine statistik vorgestellt mit den top videos was so auf youtube alles geschaut wird und so weiter und das hier ist quasi eine zusammenfassung von allem irgendwie was gaming betrifft auf youtube nur mal ein kleiner auszug wie üblich ich bin ja so frei und habe mir alles irgendwo mal aufgeschrieben da ist der zettel zettelwirtschaft also allein schon mal gesagt es gibt gut 500.000 let's play kanäle auf youtube weltweit klingt schon mal gut gehen wir eine stufe höher 900.000 broadcaster haben mindestens einmal auf twitch hitbox oder azubu gesendet auch schon nicht schlecht nächste stufe 100 millionen menschen schauen regelmäßig e-sport ereignisse es werden immer mehr los wenn ihr es nicht gemacht habt schaut es mal das ist echt interessant dann 35 millionen let's play videos gibt es auf youtube weltweit ist auch schon eine ganze ecke und der top bringer ist die top 100 let's nicht die let's player sondern die top 100 youtube kanäle über gaming das muss ja nicht nur let's player sein haben insgesamt zusammen 65 milliarden views also das sind ganz schön viele daten wie gesagt schaut euch die ganze statistik mal an da ist auch eine eine zeitliche auflistung von dem nachweislich ersten video game contest 1982 bis heute was das alles für auswirkungen hatte auf die social media netzwerke warum wir uns das anschauen und so weiter und so weiter schaut euch mal an faszinierend ok youtube ist groß das wissen wir aber wie groß ja das weiß man erst wenn ich euch sage dass es youtube mittlerweile in 76 verschiedenen sprachen gibt darin sind sprachen dabei von denen hat man im ganzen leben noch nichts gehört aber wo unser chefredakteur michael als drauf wartet ist dass es youtube auch auf bayerisch gibt dass er das endlich auch mal versteht selbst das offizielle wikipedia gibt es auf bayerisch also youtube es wird zeit dass ihr mal einen ausflug ins tiefste hinterland von bayern macht den werten michael besucht und euch endlich mal eine vernünftige übersetzung für eure video plattform geben lasst und kommen wir nun zu unseren fleißigen auswandern zu ungereist ja was machen simon und anton momentan sie sind gut in los angeles angekommen zusammen mit auch zum beispiel der currywurst oder mit dem guten sarah zar sie sind zurzeit bei venice beach den haben sie besucht also da wo die super homies auch schon waren und sie wurden allemann von disney zur star wars celebration eingeladen jaha die haben einmal die star wars nerds raushängen lassen haben von disney auch ein hotelzimmer in der paris im hilton natürlich bezahlt bekommen hatten wohl sehr viel spaß und kronk und dener wollen wohl auch mal bei der ganzen aktion vorbeigucken den also in circa zwei monaten da wir sind gespannt wie es mit den weitergeht das erfahrt ihr nun wöchentlich hier in den let's player tv news wir werden euch immer wieder mal sagen was bei den grad so abgeht beziehungsweise könnt ihr unten in sämtlichen artikeln wie üblich nachlesen was bei denen gerade so passiert so meine lieben freunde das war es auch schon wieder für diese woche mit let's player tv news ich hoffe wirklich es hat euch gefallen es tut mir leid dass ich heute so ein bisschen ich quasi geistesabwesend war aber meine die heuschnupfensaison hat angefangen ja und dementsprechend fühle ich mich ein bisschen platt und es ist auch generell so ein bisschen off screen von der kamera bla 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 aber das will ich nicht zu euch tragen nächste woche geht es wieder mit unserem langhaarischen pumpen leger weiter mich seht ihr in zwei wochen wieder vielleicht dann wieder ein bisschen körperlich fitter und auch geistig fitter vergesst nicht bei uns auf die seite zu schauen schaut auf let's play c lest die ganzen artikel von michael schaut euch mal das video game watching 2015 an wirklich sehr interessant und vergesst nicht uns einsprecher und alles mögliche zukommen zu lassen an dieser stelle verabschiedet sich der metzl wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin tschüss 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 Vielen Dank.